Hallo YouTube, der 6. Dezember 2020, wir haben Nikolaus, ich wünsche euch einen schönen Nikolaustag und der Nikolaus hat mir auch was gebracht, nein, das ist natürlich unser Adventskalender und da wollen wir dann heute mal reingucken, was wir dann da schönes drin haben und ob wir weiterbauen können, ich bin sehr gespannt, was da kommt, ihr seht, ich habe jetzt schon die Sachen alle liegen und da machen wir dann jetzt einfach mal weiter und gucken mal rein, was drin ist, ich habe keine Ahnung, das Schildchen ab, da ist die 6, ne, da ist er, so, okay, ich glaube, da waren die 11 vom Nikolaus ein bisschen besoffen, so tief wie das klingt, das ist aber ein großes Teil, das geht gar nicht so aus, aber hier fehlt auch ein Teil, das seht ihr jetzt schon, dass hier ein Teil fehlt, hm, das kriegen wir so gar nicht fest, da fehlt uns ein einziges Teil, hm, ja, da muss ich mal eine kleine Nikolaus-Fehel mal fragen, was das denn ist, hm, bleibt mal kurz dran, bin gleich wieder fürchter, so, meine Lieben, ja, also, nach langen Tüten haben wir jetzt mal geguckt, aber leider ist das Teil nicht aus, wir haben es jetzt nachbestellt, also, Teil 5, A5, hier aus der Warenortenleitung, haben wir jetzt einmal nachbestellt, ne, dass das Teil dann auch kommt, nichtsdestotrotz werden weiter für euch natürlich die Törchen aufgemacht, sobald das Teil da ist, werden wir dann alle Teile auch zusammensetzen, es tut mir leid, dass das jetzt so gelaufen ist und passiert ist, aber kann man nun mal nichts dran machen, es fehlt anscheinend und wir haben es jetzt an Revelle weitergegeben, in der Hoffnung, dass in den nächsten Tagen dann hier auch dieses kleine Ersatzteil aufläuft, und wir weiter mit dem Zusammenbau des Treckers Dolz D30 weitermachen können. Ja, meine Lieben, ich danke euch fürs Zuschauen, wünsche euch noch einen schönen Nikolaustag und bleibt alle gesund. Bis dahin, euer Kolke.